welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren folge wac es geht rein wir sind championship immer noch erster mit 30 punkten vorsprung gefühl sei das auch mittlerweile auch zum 30 mal nichtsdestotrotz rein geht's design steht das nicht das hat ja überhaupt kein glück gebracht aber vielleicht bei einer abbaureichen gegend vielleicht mal vielleicht mit dem leicht gerippten cat design ja da klar rein geht's ach so das team das team steht auch das thema die elfte von 13 runden dann heißt es schau kakao karrieremodus lange bergauf passagen die den motoren am niedrigen gang aufheulen lassen sowie halsbrecherische abfahrten werfe jetzt ein blick auf den tabelle das haben wir schon bevor wir hier aber in die bio bio rallye reingehen muss ich noch mal was checken und zwar ich habe ja jetzt einmal komplett durchgekehrt die die pedalerie das heißt die sättigung kann ich doch jetzt eigentlich rausnehmen naja guckt euch das an die sättigung kann ich ja sowas von auf 100 prozent zurückstellen geile scheiße habe ich hier noch irgendwas eingestellt ne ne habe ich habe totbereich ist drin die kupplung ist drin ok ok das muss ich das muss ich ändern weil ich hatte ich habe tatsächlich das ding bei der kupplung wirklich das am besten man hat ja diese diese zwei wenn man das ding aufschraubt diese zwei zahnräder und gerade bei der kupplung muss man ein zahnrad ein bisschen verstellen wenn man die die zwei sachen wieder zusammen schiebt weil sonst hat man das was ich jetzt habe naja ich glaube wir sollten auf auf weich gehen und aus setup auswählen heiden ai setup laden ja wieder bei der richtigen stelle einfach mal kurz das video pausieren oder 0,2 fach geschwindigkeit einstellen und rein geht's aber diesmal habe ich die 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 mutter verbaut die ich letztes mal vergessen habe für die kupplung habe ich auch direkt direkt gesehen die mutter die mutter die eigentlich viel glück diesen ein stöpsel in position hält dass das ding hat er so gegen das plastik gerieben heiden ai übrigens design wie gesagt dass das leicht geripp of the cat design könnte man erkennen wer auch verrückt wenn ich und rein geht's ich setze so hoch 5 4 3 2 1 go 60 leicht links und leicht rechts über kuppel macht zu und 4 links über kuppel innen 100 2 rechts 40 späte 2 links und 1 rechts und späte 3 links nicht schneiden und 2 rechts und 2 rechts die sind wir das letzte mal hier waren sehr sehr oft gefahren die ecke das ist so einer dieser standardecken in leicht links langsam 50 1 rechts macht zu in 6 links in leicht rechts in 6 links macht auf über kuppel 40 5 links macht zu ziel jup rire stimmt die bio bio rally in rire ist ja das land wo alles zweimal ausgesprochen wird jetzt bin ich wieder drin im thema auto ist muy bien dann gehen wir direkt in rire für dieses wagens ist gleich die zeit gekommen sich auf die erste etappe des events zu begeben mal sehen was sie erreichen können ich habe vergessen nicht zu drücken übrigens wir haben jetzt ein deutschland helm design ist das nicht was start 60 leicht links viel glück dann hätte ich fast irgendwas irgendwas patriotisches gesagt aber dann hätte ich mich selbst voll gekotzt das wäre ja nicht so gut gewesen naja rein geht's 5 4 3 2 1 60 gut leicht links und leicht rechts über kuppel macht zu und 4 links über kuppel innen 100 2 rechts 40 späte 2 links und 1 rechts an die bremse muss ich mich gewöhnen und späte 3 links nicht schneiden und 2 rechts 30 4 links halb lang und 5 rechts in leicht links langsam 50 1 rechts macht zu in 6 links in leicht rechts in 6 links in 6 rechts macht auf über kuppel 40 5 links macht zu in 6 rechts über kuppel 60 6 rechts in 6 links und 4 links 4 rechts kurz in kuppel in 6 links in 5 rechts über kuppel 30 3 links kurz 30 kurz 4 links 4 rechts und links über kuppel 50 Abzweigung kehre rechts 90 4 rechts kurz und 2 links macht zu 30 6 links nach kreuzung in rechts über kuppel in 2 rechts 30 30 ich muss mich komplett an dieses bremsfalten gewöhnen und leicht rechts oh mein Gott in 3 links macht zu und 1 rechts innen 40 leicht rechts und 3 links macht auf und macht zu und 6 links halb lang macht zu und leicht rechts Achtung in 4 links in 2 rechts scharf und 1 links kurz und 4 rechts kurz über kuppel in 6 links in 4 rechts in 4 rechts aber das Autodesign fasst doch schon sehr gut hier rein so wie das hier alles aussieht 30 Achtung 2 links leicht abgefuckt und späte 1 rechts und 3 links rechts halten in scharf links kurz und 6 rechts 6 links in 5 rechts macht zu in 5 rechts 30 scharf links macht zu und 4 rechts kurz das war dann zu viel Gas in 3 links kurz weil die E-Pau noch dabei war und 3 links und 3 links kurz in leicht rechts und links über kuppel langsam 30 Abzweigung scharf rechts nicht schneiden in 1 links in 5 rechts über kuppel die Kurve nicht immer versauen Erinnerungen kommen hoch 60 3 rechts 40 und die Kurve auf die oft drankommt Späte 2 rechts macht zu halblang in 6 links macht zu 2 30 leicht rechts 40 5 links in 6 rechts 60 Achtung 3 rechts macht zu in 2 links kurz und 3 links über kuppel in der Luft ist nicht gut bremsen 60 heute auch wirklich die absoluten Profi-Tipps links über kuppel in leicht rechts langsam in 5 links kurz 50 bergab 3 rechts macht zu in 3 links kurz in 2 rechts 30 Späte 1 links lang und rechts über kuppel und 6 links bremsen und 4 links kurz 40 Späte kehre rechts 50 50 Späte 6 rechts in kuppel 40 langsam 6 rechts macht zu und sofort kehre links macht auf 6 lang 60 zu zu eng 4 rechts in kuppel 30 3 links kurz innen und kuppel in 5 links kurz und späte kehre rechts und 6 rechts langsam 60 1 rechts kurz in 6 links und 5 rechts 40 Mein Timing ist noch nicht perfekt Kuppel in 2 links kurz und kuppel sofort 4 links in 6 rechts macht zu 4 40 aber gerade wenn man noch nicht drin ist, muss man die weichen Reifen auch nicht komplett durchpugeln 50 links über sprung in leicht rechts lang langsam 60 späte 1 links macht auf über kuppel 30 5 rechts und 3 links kurz in 6 rechts macht zu 4 lang 50 leicht rechts langsam 40 links über kuppel in späte 1 links macht zu 40 3 rechts macht zu in 2 links nicht schneiden und 2 rechts halb lang macht auf in scharf links über kuppel 30 5 links 60 leicht rechts in kuppel in 5 rechts halb lang und 3 rechts scharf 30 1 links in 3 rechts kurz langsam 5 rechts in 6 links in 3 rechts kurz kurz 1 langsame 30 links über kuppel in scharf links und späte 3 rechts halb lang und 2 links in kuppel 40 späte 2 rechts macht zu und 4 links lang innen und 4 rechts halb lang langsam in kuppel 10 SOFORT 1 links 1 rechts 30 OH NO Kehre links, nicht schneiden 60, drei rechts In drei links, nicht schneiden 70, leicht links 50 Langsam, leicht rechts Zum Schluss Vollgas, ne? In vier rechts, innen 50, fünf links, 60 Aber dennoch schnell 70, überziehe, links halten, bis dann Okay, das ist eine Zeit von sieben Minuten 40,4 Deine Fehler war doof Dass ich mich kurz ablenken gelassen habe Auch Ah, dieses Ah, ist jetzt online gekommen Was man da immer als Playstation-Flap oben rechts sieht Das ist, das kann man ruhig mal abstellen Easy Snack Aber Muss man auch erst mal machen Oh je Ah, den müsst ihr kriegen Alles klar Alles klar Habe ich vor exakt einer Season mit dem Schunder schon gesagt Abzweigung Drei rechts Go Drei links 40 Spät Kehre rechts über Kuppe Und späte eins links Macht zu Und zwei rechts Macht zu Stamm Ne, Baumstumpf Und vier links Halb lang 30 Hat mir das Cutting besaut Vier rechts über Kuppe Macht auf Und macht zu Drei rechts Und späte zwei links 40 Achtung Leicht rechts über Kuppe Macht zu Zwei Halb lang Und drei links Lang Und späte eins rechts Über Kuppe 50 Vier links kurz In leicht rechts In sechs links Macht auf Lang Langsam 60 Kehre links In fünf rechts 40 Oh Gott Oh Gott Späte Kehre rechts Kratting ist wirklich Sehr riskant In Chile Hält mich aber nicht davon ab 40 Achtung Rechts über Kuppe In sofort Kehre rechts 30 Zwei links Macht auf 30 Fünf links Lang Macht auf In Kuppe In leicht links 60 Späte Fünf rechts Langsam 40 Eins rechts Und späte vier links Halb lang Macht zu Und drei rechts Nicht schneiden Macht zu In drei links Kurz 50 Scharf rechts Halb lang Macht auf In leicht rechts Und leicht links 70 Späte vier links Sehr lang Macht auf Und Kuppe In zwei rechts Kurz Und fünf links Langsam 40 Zwei rechts Über Kuppe Macht zu 40 Gute Kurve Leicht links Lang Und leicht rechts Übersprung 60 Vier links Halb lang 50 Vier links Halb lang Und vier rechts Über Kuppe In Kuppe 30 Zwei rechts Kurz In Kuppe 50 Achtung Vier links Kurz In leicht rechts Und scharf links Kurz 60 Langsam Sechs links Das war kurz Und sofort Kehre links Nicht schneiden 30 Sechs rechts 50 Drei rechts Kurz 40 Kuppe Sofort Drei links 70 Achtung Sechs rechts Sehr lang Macht zu Und späte weite kehre rechts Macht zu Und sechs links Macht auf 80 Fünf links über Kuppe Macht auf Lang Langsam 60 Späte kehre links 50 Vier rechts Und sechs rechts In Kuppe Sofort zwei rechts Macht zu Scharf Und späte zwei links In drei rechts Kurz In vier links 60 Sechs rechts In leicht links 40 Leicht rechts Über Kuppe 70 Ich habe irgendwie das Gefühl Ich fahre jetzt so Und da tue ich überall In leicht links In zwei rechts Kurz In drei links 60 Langsam Sechs links Und vier rechts Kurz Über Kuppe 40 Langsam Sechs links 30 Zwo rechts Macht auf Sechs Und eins links 40 Drei links 70 Zwo rechts In vier links In vier links Über Kuppe Und eins rechts Und abzweigung Scharf links 30 Sechs links Über Kuppe Und drei rechts Kurz Und vier rechts Und späte kehre links Und späte drei links Lang Macht auf Und sechs rechts Sechs links Langsam In scharf rechts 30 Drei rechts Und zwei links Macht zu Und zwei rechts 40 Eins links Halb lang Macht zu Späte eins rechts Macht zu Und zwei links Kurz Und leicht rechts In sechs links Über Kuppe Und eins rechts Kurz Und zwei links Scharf In drei rechts Kurz In leicht links 30 Sechs rechts Lang Macht zu Drei Sehr lang Macht zu Und sechs links 40 Späte zwei links Innen In zwei rechts Halb lang In leicht links 30 Drei links Kurz 30 Zwei links Und Kuppe In sofort Sechs rechts Und eins rechts Macht auf Und fünf links Kurz Das war nicht so gut Langsam Links über Kuppe In Abzweigung Kehre links 30 Kuppe In rechts Über Kuppe In drei links Drei rechts Kurz Und zwei rechts Kurz 30 Vier links Über Kuppe In sechs Rechts In Kuppe In drei links In vier rechts Halb lang In leicht links 70 Achtung Sechs links In vier rechts Über Kuppe 40 Achtung Späte sechs links Über Kuppe In vier rechts Kurz Langsam In fünf links Fünf rechts In eins links 30 Leicht rechts Und sechs links Und sechs links Und drei rechts Macht zu 40 Zwei links Und zwei rechts Macht auf 40 Eins links In zwei rechts Macht auf 30 Drei links Macht zu 120 Vier rechts Vier rechts Über Kuppe Und leicht links In leicht rechts Über Kuppe 90 Über Ziel Fünf rechts Bis Stopp Okay Das ist eine Zeit Von sieben Minuten 22 Bisschen schneller Hat sich das angefühlt Aber an manchen Stellen Einfach zu untertourig Ja Mit einer brillanten Leistung Auf dieser Etappe Hat sich diese Crew In der Gesamtwertung Des Events Nach vorne gearbeitet Ah Voget Aber auch nur Dreizehntel Noch nicht mal Heidenai Auto kaputt Heidenai Am Ende dieser Etappe Steht ein Service an Solange diese Crew Ja Service Nicht lang schnacken Pedal In den Nacken Fahren wir einfach los Wir müssen jetzt schon ein bisschen zügiger fahren Es ist wieder Re Re Letztes Mal die weichen Reifen Letztes Mal für Service Park Eigentlich ist alles da Für jetzt aber wirklich schnell Und es ist da Schnell sein wo Oder da ballern Wo ich mich auch Halbwegs auskenne Und gefühlt habe ich weniger Motorleistung Und weniger E-Power Wo ich brauche jetzt nicht so viel zu sagen Weil So richtig drauf konzentrieren Tue ich mich jetzt hier nicht Oh Gott In 5 rechts über Kuppe 30 3 links kurz 30 Kurz 4 links 4 rechts Und links über Kuppe 50 Abzweigung kehre rechts 90 4 rechts kurz Und 2 links Mach zu 30 6 links Nach Kreuzung In rechts über Kuppe In 2 rechts 30 3 rechts kurz Und leicht rechts Oh no Ekelhaft Die E-Power Einfach Rausgeschoben Leicht rechts Und 3 links Macht auf und macht zu Und 6 links Halb lang macht zu Und leicht rechts Achtung In 4 links In 2 rechts scharf Und 1 links kurz Und 4 rechts kurz Ich versuche mal was Über Kuppe In 6 links Uh das geht Okay In 4 rechts In 4 links Bei der ersten Durchfahrt schon Und später 1 rechts Halb lang macht zu Interessiert 30 Aber ich habe mich nicht getraut Achtung Aber jetzt mal alles oder nix Ballern kann man ja mal Was versuchen Und später 1 rechts Ist ja alles oder nichts 1 links Rechts halb Muss man ja schon alles nehmen In scharf links kurz Und 6 rechts 6 links In 5 rechts Macht zu 3 30 Scharf links Macht zu Und 4 rechts kurz Oh die Hecke Die Hecke hat mich richtig reingezogen 5 rechts kurz 30 Kehre rechts Macht auf 30 5 rechts kurz In 6 links 40 3 links Macht zu Innen Und 2 links Macht auf Und macht zu Über Kuppe In sofort 1 rechts Und späte Kehre rechts Und späte Kehre rechts Und 4 links über Kuppe Macht zu Und 3 links kurz In leicht rechts Und links über Kuppe Langsam 30 Abzweigung Scharf rechts Nicht schneiden In 1 links In 5 rechts über Kuppe Und 2 links Stämme außen 60 3 rechts 40 Späte 2 rechts Macht zu Halblang In 6 links Macht zu 2 30 Leicht rechts 40 5 links In 6 rechts 60 Achtung 3 rechts Macht zu In 2 links Kurz Und 3 links Über Kuppe Bei Kreuzung 60 Oh Gott Zifri Links über Kuppe In leicht rechts Langsam Die Auslaufzone Die kennt man 50 Berge ab 3 rechts Macht zu In 3 links Kurz In 2 rechts 30 Späte 1 links Lang Und rechts über Kuppe Und 6 links Bremsen Und 4 links Kurz 40 Späte Kehre rechts 50 Späte 6 rechts Die ganze Bergabfahrt Zur Kehre rechts Nicht rekopriert 6 rechts Macht zu Und sofort Kehre links Macht auf 6 Lang Obwohl ich gebremst Das ist Man will Vielleicht in wen Weil man die Bremseingabe Hier nicht sieht Nur bei WRC 1 Autos Wegen der Hybridleistung In der E-Power Sieht man die Gaseingaben Und Kuppe In 5 links Kurz Und Späte Kehre rechts Und 6 rechts Langsam 60 1 rechts Kurz In 6 links Und 5 rechts 40 Kuppe In 2 links Kurz Und Kuppe Sofort 4 links In 6 rechts Macht zu 4 40 4 rechts Halb lang 60 Links Überspruch In leicht Rechts Hier ist Irgendwie Angst vor 4er Kurven Und diese In der Mitte Sind von Eng und Und schnell 30 5 rechts Oh je Und dann Fahre ich Nesca Und 3 links Kurz In 6 rechts Macht zu 4 Lang 50 Leicht Rechts Langsam 40 Wenn man Einen guten Anfahrtswinkel hat Ist die 4 schnell Wenn man schlechten hat Ist die Langsam Und ist echt Oh Gott Was mach ich denn hier Hör auf Nesca zu verantworten Halb lang Macht auf Ah Da war ein Downcut In scharf links Über Kuppe 30 Alter Das wäre mir gerade Schauer bereitet Weil ich das Null kaum gesehen habe Leicht rechts In Kuppe In 5 rechts Halb lang Und 3 rechts Scharf 30 1 links Macht zu In Kuppe 50 3 rechts Macht zu 40 Langsam 5 rechts In Kehre links 30 5 links In späte Kehre rechts In leicht rechts Halb lang Macht zu 5 rechts kurz In 6 links In 3 rechts kurz Langsam 30 Links über Kuppe In scharf links Und späte 3 rechts Halb lang Und 2 links In Kuppe 40 Späte 2 rechts Macht zu Und 4 links Lang Innen Und 4 rechts Halb lang Langsam In Kuppe Sofort 1 links Und 1 rechts 30 Kehre links Nicht schneiden 60 3 rechts In 3 links Nicht schneiden 70 Leicht links 50 Langsam Leicht rechts Und links Über Kuppe In 4 rechts Innen 50 5 links 60 Links über kleine Kuppe 70 Oh mein Gott Überziel Links halten Bis Stopp Ich wäre fast einfach in den Abbrück gefahren Hätte ich bei der Vollgas gegeben Bei der 5er Kurve 42 Komma 0 So jetzt Vergleich zur ersten Durchfahrt Stage 1 Und jetzt Stage 3 7 42 Oh R34 Direkt nochmal ein Nissan Modell Als 100er Summe Das ist doch schön Oder 100 Summe Was für ein hervorragender Lauf Die Crew Ja Fünfter Sie haben sich in der Tabelle verbessert Und die Seetappe mit wehenden Fahnen gemeistert Yeah Die Tröte Wir haben jetzt schon 5 Punkte sicher Weil wir wissen ja alle was in der letzten Stage passiert I am Speed Aber hey Morgen Heiter weiter Mit einem halb kaputten Auto Es wird ein Hit Bye Have a great time